Herzlich Willkommen, wir bleiben bei der Uhrzeit. Ah, Moment, oh, meine Uhr steht. Entschuldigung, meine Uhr steht. Haben Sie vielleicht die genaue Uhrzeit? Ah, meine Uhr steht. Meine Uhr geht vor. Meine Uhr geht zu schnell. Ah, meine Uhr geht nach. Sie geht zu langsam. Ah, meine Uhr geht fünf Minuten vor. Ah, danke, meine Uhr geht sieben Minuten nach. Danke, jetzt stelle ich meine Uhr genau richtig. Vielen Dank. Vielen Dank.